Ich schon wieder, also schon wieder ich, Faschel, Karl, Dr. Fabian. Ja, ich habe Zeit, falls wir mich, so macht man immer, also die Nummer ist meine. Und zwar ist das 0, 6 und 9, 9 und dann 1, dann 7, noch einmal 7 und wieder 1 und dann 2 und noch einmal 2 und falsch. Ah, nein! Oh mein Gott! Ich fange nochmal an. 0, 6, 9, zweimal, 1, 7, das ist 7, 7, 7, 7. Nicht, ah, nicht so viele, 7. Verdammt, verdammt! Ich muss mich jetzt, da bin ich wieder, Dr. Karl Fabian Faschel. Ich bin mit meiner Karuna, Karamba, Karacho, Kalimba, bin ich. Jetzt sitz ich da und warte auf deinen Anruf. Du rufst einfach an. und dann reden wir, was man halt so redet, über alles Mögliche. Ich kann voll gut Tipps geben, über... also... Egal. Einfach anrufen. Ach, die Nummer. Die Nummer ist 0, 6, 9, 9, 1, 0. Ach, falsch. Ich kann es ja nicht einmal richtig sehen. Oh mein Gott! Ich wieder. Ich bin jetzt ganz ruhig. Also, ich habe mir das jetzt überlegt mit der Nummer, weil ich kann es nicht singen und ich kann es nicht sagen. Schaut sie einfach nach auf der Homepage von uns. und auf der Homepage von uns. Und auf der Homepage von uns. Und auf Facebook.